Der heutige Tag ist jetzt einmal Training, zwei Stunden Training, Vorbereitung für morgen, also die Plattenauswahl, die Bahn müssen wir uns anschauen, ob die schnell oder langsam ist. Die Universität stellt sich ein, die Stimmung ist top, also es ist ein Erlebnis pur. Die größte Motivation ist einfach zu sehen, dass die Leute Freude daran haben und es weitergehen muss. Wir machen den Stocksport seit 27 Jahren. Die größte Gaudi gibt es noch einmal. Wir trainieren jedes Wochenende mit meinem Papa. Jeden Samstag und Sonntag trainieren. Das beste Highlight würde ich sagen, das war die Eröffnung. Die Eröffnung war schön. Es kommt sehr, sehr viel Dankbarkeit zurück und diese Emotionen, die sind unbeschreiblich. Ich mache Stocksport und ich möchte gern in meinem Geburtstag einen ersten Platz mit meiner Mannschaft machen. Vielen, vielen Dank für Empfehl. Ich mache das ja. Ich mache es so, wie es so. Aber es ist ein Moment. Wir machen die dr手.